Hallo und willkommen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja und zwar habe ich mir gedacht, machst du ein Double Feature und zwar Making a Folge von einer Folge. Und zwar in diesem Fall ist es, dass einer meiner Let's Play Folgen, Odyssey im Auftrag des Königs, wie ich es bearbeite, also nachbearbeite und schneide. Und gleichzeitig auch noch für die Shotcut-Freunde bei mir im Kanal einfach mal zuschauen, wie ich das so mache. Mittlerweile hat sich das bei mir so ein bisschen amortisiert, wie ich umgehe mit den ganzen Verfahren, weil es ja sehr, sehr oft wiederholend ist. Gut, okay. Eingeladen habe ich sozusagen ein Template. Man kann hier in der Wiedergabeliste sehen, dann habe ich hier die Intro-Musik, die ist hier unten drunter in der Zeile hier als Audio-File geschlossen natürlich. So und dann habe ich dann hier, ich gehe jetzt mal einfach mal hier drauf, damit man sehen kann, was das ist. Das ist ein Übergang, nicht wahr, für das Titelbild. Das Titelbild ist dieses hier. Das und dann kommt dann der Text. Der wird dann auch so als Übergang angezeigt, eingeblendet und ausgeblendet mit einem speziellen Effekt. Ja und das wäre dann hier die Endsektion sozusagen, die sich dann einblendet, nachdem das alles gelaufen ist. Gut, okay. Dann gehen wir mal wieder auf Anfang und hier ist schon mal die bearbeitete Folge. Nein, nicht die bearbeitete Folge, sondern die Folge, die ich aufgenommen habe, die Rohaufnahme als Proxy. Was ist ein Proxy? Ganz einfach. Ich kann hier unter Einstellungen gehen und sagen Proxy und der Proxy ist an. Das heißt, wenn ich, sobald ich hier ein längeres Filmchen reinmache, dann rechnet Shotcut ein Proxy raus in minderer Auflösung. Und da gucken wir uns das auch mal an. Welche Vorschau-Skalierung habe ich hier keins, aber er macht das in 540. Und so schiebe ich jetzt mal das Proxy, das sehen wir dann auch hier. Das ist in geringerer Auflösung auf alle Fälle. Deswegen kann ich ganz schnell auch immer hin und her klippen und ich kann dann auch mit meinen Cursor-Tasten besser vorwärts und dann auch zurück Shufflen oder wie das heißt. Shufflen. Ja, Scrubben. Man sagt Scrubben dazu. Gut. Okay, das ist das. Gehen wir wieder auf unseren Projektreiter und fügen diesen Film dann ein. Da muss ich aufpassen, was ich hier nehme, weil ich habe hier noch den Teil, der zum Schluss hier noch eingeblendet werden soll. Der muss dann mit nach hinten rücken. Wir haben ja dann hier Nicht-Überschreibendes einfügen und verschieben und dann brauchen wir hier natürlich noch den Ripple Edit über alle Spuren. Das heißt also, ich füge das hier in die Spur ein und dann, Achtung, flutsch, geht das obere hier weg. Zack. Das ist dann hier hinten. So, und dann sieht man, dann ist das hier mit angefügt. Sehr schön. Gut. Jetzt den zweiten Schritt, den ich mache. Wenn ich das hier angeklickt habe, gehe ich grundsätzlich immer auf Normalisieren, zwei Spuren durchgängig. Da gehe ich dann hier auf Minus 16. Das ist eigentlich auch gut, weil bei YouTube ist maximal Minus 14 erlaubt. Also da könnt ihr auch Null eingeben, aber trotzdem YouTube wird das sozusagen dann wieder leiser, etwas leiser machen. Und hier warten wir mal ein bisschen, bis das hier abgelaufen ist. So, noch ein paar Sekündchen. Dann ist die Audiospur normalisiert. Also die Audiospur hier in diesem Track hier. Gut. Und dann mache ich das so. Dann gehe ich so weit hin, bis ich dann sozusagen meine Ansage mache. Gehe dann eine Stunde zurück, indem ich dann eine Stunde zurück, nicht eine Sekunde natürlich zurück. Und dann mache ich folgendes. Dann sage ich in Abspielposition trennen. Und warum ich diese Audiospur hier gesperrt habe, ganz einfach, damit sie dann nicht mit weggeschnitten wird, wenn ich hier auf Entfernen gehe. So sieht das gut aus. Dann werde ich noch mal das Ganze überspielen, beziehungsweise hier in dem Bereich, damit wir einen leichteren Übergang kriegen. Weil noch sieht das ein bisschen so ruckartig aus. So, zack. So, batsch. Dann bin ich plötzlich da. Gefällt mir nicht. Ich mache es weicher. Das lasse ich noch an. Dann gehe ich hier rüber. So, und ja. Und das ist dann halt eben das, was passiert, wenn der hier noch aktiviert ist. Dann wird nämlich dieser Part gelöscht. Und das sollte man natürlich verhindern. Dann gehen wir mal auf rückgängig. So, jetzt muss ich noch mal einen rückgängig machen, damit wieder dieser Teil wieder dort ist. Muss natürlich wieder hier das Ding aktivieren. Jetzt gucke ich mal hier, ob hier alles noch okay ist. Ja, alles noch cool. Supi. Dann gehen wir noch mal hier kurz hin. Das werden wir dann wieder entfernen. So, und dann machen wir den Vorgang noch mal neu. Das wird weggenommen. Dann entsteht der Übergang. Und dummerweise muss ich dann hier an der rechtlichen Spur dann noch die Audiowellenform noch mal neu berechnen lassen. Weil, äh. Das ist ein kleiner Fehler von Shotcut. Dann gucke ich am Ende nach. Und wir sehen, aha, die obere Spur ist nicht mitgekommen. Kein Wunder wegen Deaktivieren dieses Ripple Deletes oder dieser Ripple Bearbeitung. Das heißt, ich bleib da und jetzt schiebe ich das dann wieder dran, damit das bündig ist. Und dann aktiviere ich es wieder. Und die restlichen Geschichten, die dann ich aus diesem Stripe hier noch entferne, werden dann wieder mit nach vorne genommen. So, dann sieht das folgendermaßen aus. Lassen wir mal abspielen. Zack, so. Und jetzt bin ich dann da drin. Packe ich mir an die Nase. Das hat gejuckt. So, dann wird das Ganze noch gespeichert, weil es ist ja noch meine Template-Vorlage. Sag ich speichern unter. Okay, das wäre dann für die Folge, wäre das die Zahl 403. 403 hatten wir ja. Und wie ich das benenne, das denke ich mir dann später aus. Gehe ich auf Speichern. Dann ist auf jeden Fall schon mal das ganze Projekt erstmal gespeichert. Ja, und dann gucke ich mir das so an. Freunde, dass ihr alle wieder da seid, freut mich natürlich sehr. Und dann springe ich an eine Stelle, die mir dann nicht gefällt oder wo ein scharfer Übergang ist, an dem ich abspeichere oder wenn sonst irgendwie was im Laufe des Spiels passiert ist. Da springe ich dann hin, um euch das dann zu zeigen, wie ich damit dann verfahre. Zum Beispiel kommt jetzt eine Situation, wo ein harter Schnitt ist, weil ich das OBS pausiert habe und die Szene keinen Anschluss gefunden hat, also keinen weichen Anschluss. Das passiert immer, wenn ich Folgendes sage. Müssen wir was essen. So, und dann hat man hier diesen harten Schnitt gesehen. Damit das weicher rüberkommt, gehe ich immer an die Stelle hin und gucke mal, wo dann der Wechsel stattfindet. So, zack, da ist er. Zack, 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 zack. Immer das erste Bild von der nächsten Szene nehmen und ab da dann schneiden. Ja, und dann da ist ja, das zeige ich nochmal für die Shotcut-Fans, 60 Frames per Bilder per Sekunde sind, also 60 Bilder pro Sekunde, mache ich immer einen halbsekündigen Übergang. Das heißt, ich gehe jetzt hier rüber. Okay, das ist hier zum Glück aktiv. Dann wird auch die oberste Spur mit noch genommen. Ja, und dann habe ich hier 30 Frames drin. Auch wieder immer Wellenform neu berechnen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass hier mein Gequatschi hier nochmal überlagert ist. Das würde dann sozusagen ausgeblendet. Hören wir uns das mal an. Hören wir uns das mal an. Ja, okay, es war noch drin, aber hier ist mehr Space gewesen, also mehr Freiheit. Deswegen gehe ich, klicke ich das Ding hier an und sage Eigenschaften und sage Mission A. Das heißt also, es würden noch bis zum Schluss hier die Audiospur noch mit sozusagen ertönen. Gut, okay. Das wäre also das. Und der Weiche-Übergang sieht dann so aus. Hörst mal was essen. So, dann ist das viel besser und ich springe dann zum nächsten Beispiel. Gibt es längere Wege, von denen ich schon mal gekommen bin und dann wieder zurückgehe, innerhalb kürzester Zeit, mache ich einen großen Sprung. Zum Beispiel an diesem, an dieser Szene. So, dann gehe ich mal wieder zurück und überspringe das, bis ich wieder unten bin. So, hier ist Summer. So, dann habe ich jetzt diesen großen Sprung gemacht an eine Stelle, die, ah, gut, ja, das ist Übung. Ich habe zufällig ausgerechnet die Stelle gefunden, in der ich da reingesprungen bin. Damit das auch nicht so hart aussieht, mache ich folgenden Trick. Auch hier gehe ich wieder 30 nach links. So, und dann gucke ich auch in der Wellenform, ob sich da, oh, da ist nicht viel passiert. Da brauche ich also nicht mischen. Also, wenn ich hier auf Eigenschaften gehe, das können wir so lassen. Ja, dann mache ich folgendes. Dann gehe ich hier in die Filtersektion, während ich das hier angeklickt habe und mache einen ganz coolen Effekt, den ich nehme schon ziemlich lange. Und zwar nehme ich Weichzeichnen Kasten und rechts habe ich hier meine Schlüsselbilder, also meine Parametrisierung. Und wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich dann, ich gehe ich mal erstmal hier in die Mitte rein, damit man überhaupt sieht, was da passiert. So, Weichzeichner Kasten, waagerecht und einmal in der Höhe senken. Ja, genau, in der Höhe. Ja, da sind halt eben diese dunklen Dinger, die will ich nicht haben. Und das habe ich einmal definiert als Schlüsselbild. Und zwar kann man das einspeichern unter Plus. Sage ich hier 30 Frames. Du machst also ein 30 Frame. Hier sieht man das auch, die Schlüsselpunkte, wo die sind. Und jetzt gehe ich mal hier wieder rüber und dann gucken wir uns das mal an. Zack. Dann wird das waagerecht sozusagen weich gezeichnet. Und um das Ganze ein bisschen optisch 3D zu machen, habe ich dann auch wieder Folgendes selbst definiert, und zwar Linsenkorrektur. Diese Linsenkorrektur hat auch einen vorprogrammierten, genau richtig vorprogrammiertes Patch, was ich hier gebastelt habe. Und dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das wird dann so richtig perspektivisch verzerrt. Das hat man dann auch hier auch gesehen. So, nochmal das Ganze mal gucken. Zack. Damit dann auch die Szene, naja, mit so einem kleinen Effekt dann dargestellt wird. Gucken wir weiter. Schön, wie diese Truhe so glänzt hier. Okay. Also, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich verstehe das die ganze Zeit und ich drücke echt die falsche Kombo. Und schon wieder. Naja. Gut, okay. Da weiß ich nicht, was ich da gerade eben gedacht habe oder ich war irgendwie abgelenkt, weil ich noch vor mir noch einen Monitor habe. Eine Hausüberwachung. Und deswegen werde ich dann das ein Stück herausnehmen davon. Da überlege ich mir, wo ich das am besten mache. Dann werde ich mir erst mal aussuchen, wo ich da am besten hingehe. Und zwar ab hier. Dann mache ich einen Schnitt. Dann gucke ich mal, wo es weitergeht. Da steht das die ganze Zeit und ich drücke echt die falsche Kombo. Und schon wieder. da erscheint das R. Natürlich werde ich meine Bemerkung natürlich wegschneiden. Mal gucken, wo das R dann ist. Okay. Das lassen wir mal halt eben so. Ja, ich glaube, das ist vom Abstand her ganz gut. Okay. So, immer so ein bisschen piemen halt da um. zack. Entfernen. Gucken wir uns an, wie flüssig das dann ist. Jetzt? Ja. Nein? Jawohl. Okay. Gut. Ja, und dann habe ich dann halt eben die Truhe ausgeräumt. So. Mal gucken, ob noch eine Situation ist. Manchmal vertippe ich mich auch oder ich mache absichtlich mal hier eine kleine sichtbare Unterbrechung. Okay. Ja, sehr zäh. So wie hier. Damit ich weiß, aha, hier muss ich was schneiden oder ich habe mich einfach nur verdrückt. Das schneide ich natürlich auch raus. Gucken wir mal, wo das anfängt. Okay, mit den Cursor-Tasten können wir mal wieder hier weiter vorscrubben. So. Und da fängt das an. So. Trennen. Mal gucken, wo das wieder rausgeht. Aha. Das geübte Auge sieht schon, dass es nachher nicht so smooth im Übergang sein wird. Deswegen entfernen wir dich und gucken noch mal das Ganze an. Genau, richtig. Auch da machen wir einen weichen Übergang von 30 Frames. Ups. Noch mal neu und immer speichern. Also nach jedem Schnitt oder Übergang mache ich eine Speicherung. so und dann kontrolliere ich noch mal C. Ja. Tja, und dann geht's weiter. Ich bin eine Stufe gestiege. erst mal was esse. bei zeitlichen bei zeitlichen Geschichten mache ich einen Effekt rein, der nennt sich Uhr, weil wir haben jetzt eindeutig gesehen, hier gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied in der Helligkeit. Das heißt also, von Tag auf Abend. Auch das schneide ich und auch wieder 30 Frames nach vorne. Und sage hier unter Eigenschaften nicht auflösen, sondern hier oben geht's Uhr oben, damit die ein bisschen schärfer ist und nicht so weich ist und man mitkriegt, dass auch wirklich eine Uhr passiert. dann so aus. Jetzt ist natürlich so. Das sieht gut aus. Und dann machen wir in der nächsten Situation weiter, wenn es noch eine kommt, aber es gibt noch einige. Was mir allerdings selten passiert und das werdet ihr jetzt gleich sehen, ist, wenn mein Handeln schneller ist als mein Reden und zwar hier. Zeit mal zu schlafen. Da habt ihr das Menü gesehen, obwohl ich noch gar nicht fertig geredet habe. Auch das lässt sich wunderbar schneiden. Also wir müssen natürlich vor dem Zeit mal zu schlafen mal schneiden. Das nehme ich dann hier mit. Zeit mal zu schlafen. So, und dann lasse ich das Menü, bis es dann wieder ausgeblendet ist. An der Stelle schneide ich dann auch. Und dann gehe ich hier hin und sage Audio trennen. Ja, wo bist du denn? Da ist es. Oder trenne Audio. Und dann geht das automatisch hier in die schon vorher gesperrte Stufe rein, Spur rein, in die Audio Spur. Und folgendes, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, weil ich hier gar nicht mehr rede, könnte ich da sozusagen das hier weglöschen. So, entfernen wir es. Es ist zwar halt eben mit meinem Heinz hier, mit meinem Konterfeil nicht lippensynchron, dann würde man nichts sehen, aber mal schauen, ich gucke mal, wie das dann wirkt. Zeit mal zu schlafen. Jo, das lasse ich so. Es war nicht so ein krasser Übergang. Gibt es noch Weidenbären, Weidenbären, Weidenbären? Ja, auch das kommt bei mir vor, manchmal auch. Ich verspreche mich, und obwohl da nicht Weidenbäre steht, sondern Waldbäre, da mache ich einfach ein Textfeld rein und mit Smiley oder mit dem Ausrufezeichen. Mal gucken, wo ich das am besten platziere. Gibt es noch Weidenbären, Weidenbären, Weidenbären? So, für den Zuschauer natürlich muss das vermittelbar sein, dass das vorhergesagte erstmal da ist, bevor ich dann meinen Text platziere. Und den mache ich mal so, wie lang soll er denn sein? Machen wir den mal am ... Das ist nur ein kurzes Wort. 4 Sekunden gehe ich auf 19 Zack mache dann hier noch einen Schnitt rein Supi gehe hier mittendrin und sage dann Filter Text normal oder einfach so Standard ist immer der Timecode hier zu sehen und ich nehme immer Verdana in Fett in 36er Größe Okidoki und einmal dann das was es sein und zwar war es ja die Wald Beere ich war Zack und dann ein Enter damit es ein bisschen weiter und hier unten Abstand hat und das war dann das gucken uns das mal an Weiden Bären Okay mal ein bisschen hier Ja In der Dauer ist es eigentlich schon fast viel zu lang aber ich lasse es immer so Schauen wir was dann noch zu korrigieren gibt Es kommt auch vor dass das Spiel mal so kleine Aussätze hat also so kleine Freezes hat die mir dann ein bisschen zu lang sind auch die korrigiere ich wie zum Beispiel hier in dieser Szene da hängt ja auch das werde ich dann flüssiger gestalten gucke mal wo es dann eben hängt so da bewegt er sich nicht okay gehe ich wieder zurück so zack zack jo dann kann man hier wieder schneiden und gehe dann so weit vor bis dann die Animation weiter geht das lässt sich ja sofort und so schnell erkennen und zum Glück laber ich nicht dann passt das hier an der Stelle gut und dann sage ich zwar na aber das kommt später seht ihr zack okay so auch das ist jetzt korrigiert entfernen wir mal und gucken uns das mal hier im Finish an ne wunderbar ja so geht das auch an dieser Stelle finde ich ist der Winkel nicht so gut machen wir wieder einen smooth ne okay beschneiden 30 halbe sekunde nach vorne so jetzt sind wir wieder hier in dem Bereich dass diese audio datei sozusagen angeschnitzt wird also nicht komplett zu hören sein wird Eigenschaften mischen und auf A bleiben für die A Spur und die B Spur beziehungsweise für das A Fragment und das B Fragment hier an dieser Stelle und koppel ist auch wenn ich nach vorne schlage naja kann so bleiben auch wenn ich nach meinem Kampf ein bisschen angeschlagen bin dann reduziert sich natürlich die Lebensleiste und die wird dann natürlich langsam aufgefüllt indem ich dann wieder hier einen weichen Übergang gemacht habe die schwarze Ausblendfunktion also dieses Fadeout benutze ich eigentlich für dieses Spiel oder überhaupt generell wenn ich dann nach einem Kampf sterben sollte also fiktiv hier in dieser Szene zum Beispiel nicht dahin der mampft noch ein bisschen an mir rum rüge die stelle wo es wieder neu beginnt mache auch einen schnitt und jetzt ganz easy und einfach jeweils 15 frames ausblenden und 15 frames einblenden ein bisschen hakelig wenn es ein bisschen hakelig ist dann einfach mal hier ein bisschen vergrößern drücken dann sind die Raster Sprünge nicht so fein ja und dann sieht das so aus manchmal gelingt es mir auch die Aufnahme zu pausieren und dann weiter zu machen also weiter aufzunehmen ohne dass was merklich Unterschiede zu sehen sind und natürlich auch gleich ein Speichern hinterher da muss ich mal Pause machen zum Beispiel an dieser Stelle hat keiner gesehen ich gebe mal einen Tipp zwar hier auf mein Logo das habe ich extra so gestaltet dass ich dann trotzdem irgendwie zur Kontrolle sehen kann wo ich geschnitten habe achte mal bitte auf hier auf dieses Logo gleich speichern hinterher da muss ich mal Pause machen so normalerweise zirkuliert es einmal rum das mache ich jetzt nochmal zeige ich mal weiter geht es in prospekt Richtung fluss befinde mich und dann blendet es sich so wieder zirkulierend aus das halt eben jetzt nochmal kurz zur anmerkung ihr erinnert euch wahrscheinlich an diesen über blend effekt genau richtig den kann ich natürlich kopieren indem ich ihn anklicke und er ist ja hier in der filter sektion eher aufgeführt dann kopiere ich den mit diesem button und gehe dann dahin wo ich nochmal brauche muss mal gucken wo das nochmal war glaube das war am ende bei meinem letzten schnitt zack hier ist alles gut und zwar dürfte das genau hier gewesen sein da bräuchte ich ihn nochmal und füge ich ihn hier ein sieht das so aus stimmt hier noch nicht moment liebe freunde ja ich weiß woran es lag und weil ich dann nämlich eine kleine unterbrechung hatte und bis zur nächsten folge es grüßt herzlich euer david macht's gut tschüss ja das ist dann sozusagen das die abmoderation die ich und immer wenn ich dann halt eben meinen namen oder ich habe tschüss gesagt oder tschau dann gehe ich nochmal 30 frames dahinter damit ich dann auch hier an der stelle ein ein weicheren übergang machen machen kann entfernen wir das ok ich möchte nur dass du hier mit kommst du stehen bleibst also habe ich diesen knopf hier auch wieder deaktiviert dann machen wir auch hier an der stelle ein 30 frame fade out ziehen dich 30 frames nach oben nach links und dann dürfte das dann so aussehen macht's gut tschüss genau richtig ja und da kommt die kleine animation rein und lasse ich sie mal laufen dann seht ihr auch die ist natürlich langsamer weil das Programm jetzt noch nicht so schnell rendern kann da sind ein paar Effekte drin und deswegen braucht es ein bisschen länger aber in diesem Sinne danke fürs zusehen jetzt habt ihr auch mal gesehen wie das ist in diesem Double Feature eine Folge zu schneiden nachdem man sie aufgenommen hat also wir sehen uns tschüss